verarscht geschrieben von wilfried liebe am 14 januar 2012 verarscht im netz auf brautschau mit songs von youtube weil die stadt geschlossen hat fort mit den hunden kinder werden durch leuchtreklamen ersetzt den sterbenden soldaten sagt man es sei ein schulausflug und der monitor glänzt wikipedia hoch 10 und wikileaks geschlossen bis 1968 wurden die kids von den alten regiert wenn wir in rente gehen regieren die jungen uns die blumenkinder sind die einzigen in der weltgeschichte die überhaupt nie an der regierung waren